jetzt müsstest du mich sehen können spannend spannend ein außenposten wo kann ich den dann bauen da hinten irgendwo und kommt ob du mir vielleicht beitreten kannst trete sitzung bei wenn sie der mehrspieler dieses konnte nicht erreicht werden bitte überprüfe deine verbindung auf der sofa somit einmal sneaky peek hier an und die alte ach so jetzt eventuell funktioniert es jetzt mit glück mit glück sagst du du bist beigetreten steht jetzt zumindest ich darf dir helfen aber vorsichtig sind überall zombies danke was doch nicht wenn du mir helfen darfst ich dir helfen soll anscheinend okay ich kann hier überhaupt nichts aufnehmen ich kann hier überhaupt nichts aufnehmen container durchsuchen den kann ich wieder durchsuchen ja den kann ich nicht durchsuchen okay das problem ist wenn du schnell suche machst oh ich kann das nicht mehr tragen shit das kannst du fallen lassen das ist irgendwas fallen oder ja nee das ist das ist dings hier das brauche ich für das lager ah was gold markiert ist kannst du du öffnen ja warte mal störe mal nicht zu ihm ich will ihnen ich will ihnen zeigen wer hier der herr der herr im haus ist hallo trottel das ding ist wenn du dich laut verhältst dann finden dich die gegner schneller und wenn du kisten schnell öffnest dann ist es lauter das weiß ich noch aus dem ersten teil hallo 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 oh jetzt wird hier weiter gebaut okay schließfach öffnen ach so alles klar das ist also einfach nochmal so ein lager okay das brauche ich tatsächlich nicht weil das packe ich mal weg bitte mit snacks ich bin nämlich dann immer dreier mit okay ich habe einen neuen schuss kann ich ich mache den ersatzteil breit hier auch mal rein so dann habe ich krankenstation benutzt was haben wir denn hier gegenstände meds herstellen mhm genau ähm ich bin magneal einfach auf das überleben denn inventar zu ach so okay ah cool guck mal jetzt können wir hier werkstatt benutzen jetzt können wir sachen wieder reparieren das ist doch schön äh gegenstände herstellen munition reparieren und verwerten reparieren können wir hier gar nix wie schön also dafür brauche ich das ah so okay munition herstellen können wir auch nicht ne kann ich nicht okay sehr cool äh keine materialanlage könnten ausfallen okay wir müssen noch mehr material sammeln geh nochmal da runter weil da war noch was was ich öffnen kann wenn ich mir nicht irre spawns zombies tatsächlich auch immer neu nein das weiß ich nicht ja ich glaube das war so hallo zombies da oben ihr seid doof ja ich geh noch hoch so gerade geschossen ja du lockst damit auch viele andere an ne wir sind keine anderen wir sind nur die drei gewesen hier ist noch eine tonne die du öffnen kannst oh ich bin gleich wieder da gesichert oh ein kukuri 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 neben den straßen runter hier sind noch ein haufen benzin kanister es ist unten einfach Hello, dude. Okay, people. First day of school's over. Amazingly, we're still here. But if we're gonna make this town safe for people to live in, we gotta go after the Zeds. Screamers gather the dead around them like rupees. And I remember seeing one as we came in the town. Hey, are you feeling helpful today? We need to make our home safe, rather than go on hunting expeditions. We can make this place a lot friendlier if we use some building materials. Der hätte mehr Chemikalienhäuser gefunden. Kissen mit Samen. Ich weiß nicht. Machete? Oder... Ich habe eine Machete. Oder soll ich das Kukuri nehmen? Das hat mehr zerstört. Ja. Ja, ich kann nicht... Nein. Kukuri will nicht ausrüst. Ich leg die Machete rein. Wenn du willst, kannst du die Machete nehmen. Ja, wenn du die kannst. Oh, schon. Tankstellen? Hä, die habe ich... Ich glaube, die habe ich schon gesehen. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar... ...drei Stück, glaube ich... Umgebracht. Das ist bestimmt infestiv. Ja, sicher. Und so, der Screamer wir gesehen haben? Ja, es ist in der Mitte einer Infestation. Es ist eine schlechte Idee, dass du da bleibst. Kannst du das? Das Crew? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Infektionsstab? Oh. Was ist das? Küsten mit Alkohol zum Kochen. Whatever. Ja, klar. hier kannst du noch zwei stück untersuchen hier sind wieder zambi seitdem ich kurz hier hier alter ist ja weggeflogen, was soll das denn? es wird nacht da wird n haufen zambi ich glaube ich kommen ich habe mein mikrofon immer noch gemuted gehabt, wie doof ok komm du bist live, jahre für dich lager verwalten achso ok komm nochmal zurück mods ansehen, keine mods im schließfach ok weil ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich zombies in der nacht öfter kommen weil es gibt wie die neben horrors wie so ja aber ich bin mir da tatsächlich nicht sicher ne die sollte ich behalten oh ich sollte mittel nehmen ja ich bin auch grad snacks kann ich das ablegen aber verwenden no way f verwenden f verwendet es nicht ok wieso ist das denn nicht? kann ich das nehmen? wieso kann ich die snacks nicht essen? weil es die ausdauer wieder herstellt ja alles klar macht sinn nein ich hab noch benzin kann das nicht kann ich hier reinlegen oh hab ich gar nicht mehr was ist das? achso zum kochen warum kann man das nicht da reinpacken? weiß nicht kann man einfach nicht reinpacken kann man einfach nicht reinpacken warum die patronen lege ich da rein? lebensmittelvorrat ist klein ok äh was wollen wir denn hier Küche bauen Garten anlegen oh ich glaube ich bin eher der Bogenspieler glaube ich du hast eine riesen Tasche drauf ne? was meinst du? du hast noch einen riesen Rucksack drauf den musst du mal in dein Lager packen am besten beziehungsweise in die also nicht in dein normales Lager sondern in Dings hier ne? wer ist denn das? das ach keine Ahnung egal ich rüste das aus ja äh oder so also auf jeden Fall dass du das nicht mehr aufrücken weil dann kannst du nichts anderes mehr tragen glaube ich sechs Sachen kann ich jetzt mitnehmen also extra also extra ok ich geh einmal zur Tanke ich kann dir nur was plündern was? was war das denn gerade? äh 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 klang richtig komisch klang richtig komisch warum ist die Tankstelle warum steht da Meter Anzahl und muss ich da noch irgendwas machen? äh aha da war wahrscheinlich eine Kiste mit mir die ich doch geöffnet hab doch außen posten hab ich äh ja du hast alles geplündert was geh mir denn hier noch? das ist doch tatsächlich ja eins kann ich noch öffnen ich lass ihn ja kommen muss suchen ja aber du hast doch so einen riesen Rucksack das ist aber kein normaler Rucksack du hast jetzt passen selbst Sachen rein ok oh hier ist ne Werbetafel warte mal da gehen wir auch mal hin oh ja du bist so viel Material du bist denn da oben gekommen ja hier ist ne Leiter an der Seite oder was? ja hier oh ja hier ich hab's da was schön ich saß da alter was ist denn das jetzt? das war der Kack ok ich kann hier nichts plündern nö egal ja den hab ich jetzt hier durch also bei mir ist der auch cool jetzt hier an der Werbetafel das ist ein Aussichtspunkt wo? hier die Werbetafel Stelle gespeichert ja das ganz coole ist du kannst von hier aus ne Aussicht halten also kannst du kannst du dich umgucken und dann kannst du so paar Posten finden und sowas ach so ja ich weiß nur grad nicht wie man das Fernglas zieht äh ah 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 was? dann sind zwei Zombies ja ich bin grad warte mal wie wie war denn das? äh so wird gespielt äh aufklärung aufklärung von einem Turm aus füllt dann die Karte mit Stand Stand äh Standort Symbolen öffnen kann also hier ein Symbol ok ich verwende diese Information mit Zombies okay jetzt bin ich hier oben und jetzt kann ich kann dann gar nichts machen hier ein Kreischer wie kann man denn ich weiß man kann irgendwie ein Fernglas rausholen ja bin ich der festen Überzeugung ich höre jetzt kommst nochmal auf ich höre jetzt kommst nochmal auf noch Einstellungen äh Steuerung äh Gameplay ne wo kann man denn die Tasten machen frag ich dich hier ne ne hier Maus Barrierefreiheit ne hä wieso gibt es denn hier keine Supportseite öffnen gibt das anscheinlich hier gibt es echt keine hä Steuerung neu überlegen hier äh links rechts äh Haken ähm so Waffe feiern nachladen Schritt Waffe wechseln hm ist das Auto hier 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 okay ne das anscheinend nicht ja das ist total komisch Normalerweise geht das warte Tritt Waffe ist ne ist da sagt einfach ne ne springe eine Runde Mach mal Ne geht nicht Im ersten Teil war das so Da konntest du dann Ein Fernglas benutzen Und dann konntest du in die Ferne gucken Und schauen was da ist Aber hier anscheinend nicht Das ist ja voll doof Aber da oben ist ja auch ein Fernglas Ja genau Aber ich weiß nicht wie man das Gefühle Das ist ein Screed-like Ja genau Wir sind gerade echt Am gucken wie wir Irgendwie Ein Fernglas oder sowas Ziehen können Weil ich finde das voll komisch Dass man hier kein Fernglas Gehen kann Und man hat auch keins im Inventar Ne Ah Was denn Ja mit Waffel Aber Nein du kannst es auch so machen Ohne Waffe Du hast gerade eine Waffe gezogen Ne Nur mal so Ja aber man kann Wenn ich die auch nicht ausrüste Kannst du das machen Achso Aber dann tauchen auf einmal die ganzen Symbole auf Ja Alle Orte überprüft Irgendwas habe ich noch nicht Irgendwas habe ich noch nicht Guck doch nach Fragezeiten Habe ich nicht Eine Sache ist aber Jetzt sagt er alles Hä Wie doof ist das der Hä Hier sind Zombies Wo gehen wir hin Wir gucken mal Ich würde sagen wir bleiben hier Versiegeltes Schließfach Lass uns erstmal da hingehen Also hier Hier hoch Das ist Zombie Ich weiß Ich sehe den Geh mal kurz hier überprüfen Ja Mach das Hier sind auch ein paar Zombies noch Wenn du das so doll aufmachst Das könnte Zombies anlocken Ich weiß Ich wollte es nur sagen Das hat sie auch gerade gesagt Hat sie gerade gesagt Achso Habe ich gerade nicht zugehört Alles gut Oh Nahrung Ich könnte einmal zurückgehen Ich habe Nahrung Nahrung Gutes und Gutes Okay ich höre Zombies auf der großen Wiese hier Ja warte mal Da oben oder was Ja Da Lass uns mal einmal Ich würde ganz gerne einmal Essen zurückbringen Alles gut Weil die Basic auch essen Oh ja Um eine neue Mission zu Sehr gut Gut ey Hier ist noch mehr Zeug Ja ich muss gleich einmal wieder zurück Ich will nur einmal ganz kurz Essen hochbringen Warum läufst du nicht zur Tankstelle? Kannst du auch da reinpacken Oder dann ist das Nee du musst das tatsächlich glaube ich hoch in die Base bringen Weil ich habe da kein Dings hier Äh keinen Platz wo ich das hinpacken kann Hey Hä Ich packte auch mal da meine Sachen Oh shit Aber an der Tanke habe ich auch nichts Den hast du wahrscheinlich dann für dich beansprucht Ich habe Ach nee Warte mal Tanke Also es wird mir nicht angezeigt Dass ich da was hinpacken kann Sagen wir mal so Hä wenn du davor stehst Wird bei mir nicht angezeigt Schon wieder so viel Hier Sprit Was ist das? Tüte mit Mikrowellenpopcorn Teuerwerkskörper Hallo Hallo Soll ich geh nochmal rüber zu dem Laden Und guck nochmal Ob ich da alles hab Und Hallo Da ist das Gegenwart Nice Wieder einen Stern erhöht Was noch mal Der Tartanmat Hier ist noch Kann ich noch öffnen Munition Bin gerade nochmal an den Markt gegangen Hallo Hallo Was war das? Irgendwas kann ich hier noch Passives Erkunden Demo nicht erfüllt Ah ok Hier Also bist du hier drinnen In dem Gebäude gerade Ja Da kannst du auch ein paar Sachen Das ist ja auch für dich Ich bin da zum Fenster gegangen Ich mach's so auf Ich hab' Feuer weggefunden Feuerwerk Oh shit Da kommt Zombies Sorry Leute Sorry Leute Can't do it Entschuldigung war mein Mein Mistake Jetzt war's mein Fehler Ich hab Radau gemacht Alter Ich sag gerade Entschuldigung ich hab Radau gemacht Und du springst erstmal wie so ein Irrer durchs Fenster Alter Ich mach alle Fenster auf hier Oh cool Ich muss nochmal zurück Ist schon wieder voll oder was? Ja ich hab gerade so einen riesen Rucksack mit Medikamente glaube ich Ja mit Medikamente Achso Oh hier ist ein Zombie Hallo Die Arme Ach gar nichts Die sind noch mehr Hier unten Ich trete sie einfach Bitch Hier ist noch einer Komm her Aber ich hab keine Ausdauer mehr das ist doof Ey Arschloch Arschloch Kann man gerne Wecknen Nee Hier ist noch einer Auf dem Boden Und hier ist auch noch einer Ich bin überlasse ich die hier Du darfst auch Muss die hier auf dem Boden Dann weg wahrscheinlich Wenn die auch automatisch laufen Nee Gerade Ich will die einmal Medikamente zurückbringen Du hast keine Materialien Anlage könnte auswählen Was brauche ich denn hier für Materialien? Stell ich Raum oder so Nee Baue einen Außenposten für Materialien Steht ja nicht was du brauchst Nee Hier steht nur ein Baue einen Außenposten Aber ich hab da einen Außenposten beansprucht Was kann ich denn da machen? Da wird die Tankstelle als Außenposten beansprucht Ja aber du sollst ja einen bauen Ich kann nicht doch da Alter Ich geh da Was denn? Hier sind ja voll die Bugs im Spiel Was hast du gehabt? Ich bin hier rausgestürmt Auf einmal Bin ich Fast bei der Tanke angelangt Ich bin nur rausgegangen Auf einmal Das ist doch geil Bin ich extrem weit weg gewesen Dann sparst du Zeit Das ist doch geil Das ist doch geil Das ist doch geil Ich bin wieder Ich bin wieder